Aufnahme-Live Ich kann dich leider nicht boxen, oi 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 Ich habe sie erwartet Ah schon? Ja Ich habe eine kleine Frage, ist das echt? Oder haben sie einfach ihr Hemd eingefärbt? Ehhh... Ich habe sie eingefärbt Okay, okay Wissen Sie, so... Violette-Weiss hat mir nicht so gefallen Da denkt man, da muss ein roter Fleck drauf. Und hier haben wir guten Morgen und auch halt ins Mund. Heute gibt es ja Folge 13. Oh mein Gott, es ist Folge 13. Aber zählst du doch mit? Das ganze Zeug steht zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13 Aufgaben. Und wir haben erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 davon gemacht. Hey, was? Wir haben doch jedes Mal eine Aufgabe gemacht. Hey, hey, hey. Vielleicht haben wir einmal, zweimal, 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 dreimal. Aber heute, was wird heute kommen? Ich meine, einmal eine Unurgy. Nein, nein, nein. Heute gehen wir uns Waffen beschaffen, da wir natürlich viel zu wenig Waffen eigentlich in unserem Inventar haben. Und die natürlich, die wir schon nicht brauchen konnten, aus irgendwelchen Gründen. Das ist schlimm. Gehen wir jetzt noch in Waffen. Okay, then let's go. So, ich bekomme noch eine Instruktion vom Lester. Mh, 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 Mh. Ah, jo. Du musst noch Waffen aussussen. Welche nehmen wir denn? Von Chenin eben. Und da ist er jetzt gerade am Schnurren. Hm. Was nehmen wir denn? Achso, er ist am Schluss. Wir haben Micro-MP-Bewaffnung und Schrotflintenbewaffnung. Ich würde für Micro-MP. Hm. Oder? Was haben Sie die Möglichkeit? Micro-MP oder Schrotflinten? Micro-MP. Und bei beiden ist es einfach noch genau die gleiche Bistole dabei. Okay, komm. Oh, Micro-MP, Micro-MP, Micro-MP. Let's go, let's go, let's go. Und der Fasig wartet dann draussen auch schon von uns. Ja, ja, ja. Hm. Wo ist es Fasig? Willst du fahren oder soll ich fahren? Ich fahre. Willst du fahren, okay. Ich muss dich erst mal mittelektieren. Was es ist? Das wirst du gleich sehen. Wir laufen kurz zurück, komm. Oder... Was glaubst du, was... Laufen wir eine Stunde? Was glaubst du, was es ist? Irgendetwas Obinus. Weisst du das? Weisst du das? Ganz vergessen. Was? Liebe Leute, ich bin wirklich... In der ersten Zeit überhaupt nicht mehr am GTA spielen. Wegen dem habe ich jetzt ganz vergessen, dass man hier in GTA fast so langsam jumpt hat. Jumpt, oder? So. Jamie, sag mal, was haben wir für Zeit? Was haben wir für Zeit? 1 Uhr 46. Man hat tatsächlich Viertel vor 2 am Morgen. Und heute Abend um 18 Uhr kommt dann das Video, oder? Nein. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen pressieren. So, Meister. So, Meister. So, Meister. So, DJ Jamie in the house. Ist er wieder schön am Auflegen hier? Ja. Auf, auf, auf. So, Meister. Oh, 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 oh. Ich mache Musik, dass ich... Weil ich... Weil das ja sowieso... Uncut wird da. Mach ich jetzt ein bisschen... Ja, mach ich jetzt ein bisschen... Oh, 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 oh. Okay, Lang. So. Also. Wir sind hier in unserem wunderschönen Bus. Ich stand hier auf dem Dach drauf. Oh mein Gott. Oh. Ist doch wunderbar. Es ist das einzige GTA-Vertig, das kann. Kann ich auch hier hochklettern? Ich weiss eigentlich nicht riskieren, aber... Doch! Ich bin oben bei diesem Totenkopf. Ah! Hallo! Ich habe es gemerkt, das habe jeder gesagt, er hat extra gemacht. Ich komme weg. Ha! Hey, der Bus ist im Fall immer nicht gelistet im Sedimetern-Short drin. Haben die das gewusst? Nein, weil es nicht gelistet ist. Aha! Doch irgendwo ist es öffentlich, auf irgendeinem Kanal. Sollte ich mal einen Kanal promoten? Oder weisst du gar nicht, welcher es war? Ich weiss nicht. Also, alle gehen Millimeter rein. Oh Gott! Ich bin zwar kein einziger Abonant Plus machen, aber... Und übrigens... Hallo! Ich verliess deine Dekoration, Mann! Wir haben hier letztens einen Rekord gemacht. Du riechst einfach so einen scheiss toten Kopf jetzt rum. Nämlich! Wir haben innerhalb einer Woche die schlechteste Aufrufzahl gemacht, die wir jemals hatten. Aber wir haben innerhalb von drei Wochen die beste Aufrufzahl gemacht, die wir jemals hatten. In einem normalen Winter. Also in letzter Zeit gehen die Spektrums gerade sehr auseinander, muss man sagen. Vier Prüfe in einer ganzen Woche. Und ein Like. Nimm doch den ganzen Bus gerade auseinander. Ich bin dran. Äh ja, vier Wochen, ein Like. Nein, was? Nein, vier Aufrufe, ein Like. Ja, ja. Das in einer Woche, das ist eigentlich sozusagen ein Rekord. Danke an deine Like. Ah ja, Serik! Bitte! Bei mir bist du einfach durch den Bus gegangen. Nein, jetzt bist du ja da. Ich bin jetzt da. Ich stand in der Bus... Ah, der hat einfach eine Bushaltestelle auf dem Dach. Oha. Zum Glück stand ich nicht auf dieser Bushaltestelle. Komm, ich komm! Oh! So, ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Wow! Was willst du heute machen? Okay. Und was wollte ich machen? Ich bin ehrlich, ich kann dich dranbleiben. Ja. Kriegst du mich aber nicht? Ja, du... Das habe ich jetzt wirklich unaufsichtlich. Ich habe da vorne geschaut, zu welcher Strasse jetzt muss. Und du gehst sonst einfach dranbleiben. Wo geht es überhaupt auf der Ahnung, wenn ich vorgehebe? Ich komm nicht raus. Ins Palomo-Hochland. Ah! Das Palomo-Homo-Hochland. Ins Homo-Hochland, genau. Ah! 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 Oh, wir gehen jetzt auf die Autobahn. Du hast nicht dafür gedacht, dass wir jetzt hier auf die Strasse herumlaufen. Alter, ich stand jetzt nicht oben. Alter! Schau mal, wie ich da stand, Alter! Oh, jetzt nicht. So, ich stelle mich jetzt in die Bushaltestelle hinein. Da bin ich von deinen Manövern geschützt. Schaffen wir es unter der Brücke entlang? Ja, ja. Längst. Was ist bei dir die Woche so gegangen? Ich bin im Moment immer noch in der Berufsschule. Bei meiner Lehre habe ich ja... Nein. Sorry. Mal richtig? Ich hab die Woche auf... Da hab ich ja weg weg. Oder oder... Und ja. Ja. Oh, 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 hey, oi, 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 oi,ェ, oi, oi. Bro, weisst du einfach so niemand und dann kommt das Schild, wo du einfach so tief bist, Alter. Ja, ich bin sogar extra unten, ich habe mein Nischpult noch, also komm. Jetzt muss ich aber das Teil hinter links auch noch wegkriegen. Ey, nein, nein, ja, 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 Alter. Ich bin sehr unstabil auf dem, wenn du fährst, Alter. Oh, ich muss uns auf der Map schauen, was hinsieht. Ah, oh Junge, oh, das ist doch interessant. Sehr interessant, was hast du in der Woche gemacht? Was habe ich in der Woche gemacht? Schule, Fests, Lehren, natürlich, ein bisschen die Briefe. Ich habe meine erste Rechnung bekommen. Oh mein Gott. Also von zu Hause oder vom Geschäft? Nein, von DHL. Ah, oi. Du weisst, je nachdem Geschenktur. Ja. Hast du es per Rechnung bestellt? Nein, eigentlich nicht. Aber der Zoll... Ha, 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 ha. So letztendlich, nein. Ist das das, was du für mich gehaft hättest? Nein, für meine Schwester. 7000 St. für Zollungsgebühren, Alter. Und was ist es denn, wenn man erfahren darf? Ein Pullover. Pullover? Was ist auf dem Pullover? Eternal God. Okay, kommt mir jetzt nicht bekannt vor der Namen. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ja. Ja. Okay, gut. Äh, ja. Es passt nicht. Du kannst sagen ja oder nein, das musst du mir sagen. Aber wenn wir schon liken, was wir im Dezember machen. Okay. Es wird wahrscheinlich zwei... Es wird zwar kein krasses Video dazu geben, wenn überhaupt. Aber es wird ein Video geben. Es wird vielleicht kein krasses geben, aber es wird eins geben. Okay, gut. Vielleicht auch so ein Launch-Video. Ah, Alter. Auf unserem Zimmer. Oh, was habe ich gerade gesagt? Auf unserem Zimmer. Oh, oh, oh. Jetzt finden wir eine schöne Location. Jetzt habe ich die Schnurren. Oh, jetzt habe ich schon viel zu viel gesprochen. Ja, eben. Nein. 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 Nein, wir sind... Das ist so wie eine... Das ist so wie eine Klassenfahrt. So wie ein Lager. Nein. Nein. Wie ein Lager. Wie du sagst. Wie ein Lager. Es fallen einfach alle aus dem Bus. Ist das nicht übel? Das ist die Fortnite-Battle-Bass. So, let's go. Das ist Bro, Alter. Ich bin nicht einmal hochgekommen. Und fiel schon auf die Fresse rein. Jetzt aber. Let's go. Ich mache mich bereit da oben. Ich habe jetzt nämlich... Hallo, wir kommen! Hallo, wir kommen! Ahahaaahaaahaaaaaaaaaahaaaahaaaaaaahaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaa! Warte, der Boot, bin aber noch dort, wo du da bist! Wo bist du hier? Bist du im Schreck geblieben? Nein. Ich komme da ab irgendwie. Ich schaffe das. Ich helfe uns. Das nützt der Furt. Nein! Hey! Ja, aber wenn du jetzt schon dran bist, kannst du das Teil hinten links auch weg machen. Das triggert. Ah, das kann ich gar nicht. Das ist fest verbaut. Ah, es ist fest verbaut. Nein, Schabin, das die Zeugshände gemacht hat. So, aber jetzt wird nochmal... Jetzt farmernt das aber auch richtig. Wichtige Frage. Hat ein Minigun eine Batterie oder wo kommt... Wie funktioniert das? Ein Minigun? Musst du die am oben einstecken in der Steckdose, oder? Wenn ich jetzt so mache, dann dreht sich was. Das dreht sich ja nicht einfach so. Nimmst du an, dass das irgendeine Batterie hat, ja? Äh, wo sind wir da? Was müssen wir machen? Auf die Jetskis steigen. Hoi! Ja, dann. Wolltest du mit Bär mitfahren? Oh, ich. Oh, da ist ein Jetski. Nö, ist schon gut. Hey, das ist mein Jetski. Ich nehme den Schwasi, du weisse. Passt ja. Hey! Hoi, du fliegst ja richtig. Das ist der Lenker. Oh, das ist ein Felser. Einsam. Wieso haben wir die Strassenbahn, Hoi? Ich denke sie gut ist... So, ähm, was müssen wir machen? Die grösste Nacht ist einen Muggler absuchen. Siehst du irgendwie... Vorne sind die Schmügel. Ja, da vorne. Es gibt so Schiss, ey. Es geht so auseinander. Auf Bote! Aua! Ich bin gelandet. Nein. Immer wenn es heisst, Aua, du bist gelandet. Looks like they've already transferred the weapons to that seaplane. Take out the goons and then take that plane. Gerade spannend momentan. Kein Satz werde mehr gesagt, weil wir alle beschäftigt sind momentan. Stimmt. Sorry liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer tut mir leid. Was müssen wir denn? Steilen. Achso, steilen. Ja, wir steilen. Wie wollen wir die steilen? Wie wollen wir die steilen? Kannst du ja nicht aufmachen, die Kisten. Dann müssen wir sie auch schon alle umbringen dafür. Was für eine Kiste? Das sind so Kisten, oder was? Easy does it. Ah, ich habe etwas aufgelesen. Hast du auch etwas aufgelesen? Nein. Dahinten müssen wir so ein Flugzeug nehmen. Komm jetzt, du musst in das Flugzeug einsteigen. Warte, aber du musst schiessen, also ich fliege. Hm? 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 Du musst schiessen. Warum? Weil du das Zellig bist und aufnimmst. Nein, du musst schiessen. Nein! Ja, also, gehe ich schiessen. Komm, H drückt halt, das sollte länger. So, oder? 25'000 Mitarbeiterbonus. Nein, nicht mehr. So, rein da, komm, 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 komm. Ja, das muss ich sowieso machen. So, oder? Ah, ist gut, dass du das machst. So, sonst hätte ich es noch gecheckt. Ich hebe ganz langsam ab. Ja, Alter. Aber du kannst auch schiessen vorne. Ich kann ein bisschen härteres Kaliber. Irgendwann gut ist, bis man da umschalten kann. So, jetzt. Ich werde so abstürzen. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich bin nicht scheinweit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weisst du, ich sehe es hier hinten, wie der Rumpf so hochgezogen wird. Weil es mich richtig runter drückt, wenn du vorne hochfliegst. So, wo sind denn unsere lieben Gegner alles? Oh, wei! Jetzt wird noch das Dampf flogen. Oh, jetzt! Oh, da sind sie! So, ich schiessen sie alle ab! Mach sie kaputt! Ja, Mann! Jetzt hör auf mit denen ins Dampfkasten! Mach sie kaputt! Mach sie kaputt! Dann hör bitte auf ein so kompliziertes Fliegen! Was für kompliziertes Fliegen? Ich fliege nicht kompliziert! Jo, Bro! Was für kompliziertes Fliegen? Ich fliege nicht kompliziert! Oh! Seid ihr im Looping hinein, weisst du? Ja! Soll ich ein Vorwärtszug klingen? Nein! Nein, 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 nein! So! Ich fühle mich wie so eine... Wie so... Wie... Wie haben... Wie haben die Darth Vader... Stormtrooper? Ich fühle mich wie ein Sturmtruppler! Sturmtruppler, Alter! Sturmtruppler, Alter! Sie heissen doch... Ja, aber auf Deutsch... Sturmtruppler! Sturmtruppler, wenn überhaupt! Ja, aber auf Deutsch... Hast du es doch nie gehört? Was bist du denn hier? Ja, ich bin ein Sturmtruppler! Und ich fühle mich da wie so ein Sturmtruppler... Sturmtruppler! Weil ich breche einfach gar nichts mit meiner Waffe! Ja... Wir sind hier anscheinend... Kannst du G drücken oder so zum... Ja, Alter! Hopp! Ui... Du musst da vorne hinein, glaube ich... Lauf da vorne an... Ui... Ah, bei mir guckt das Sound richtig kaputt! Ich weiss ja! Bei mir auch! So, und das haben wir dann auch schon! Die Bruisli... Oh! 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 Huch! Hey! Was ist das? Was ist? Wow! What? Die explodiert alles! So, Serik, komm! Vom Abschluss! Du kennst es vielleicht noch... Weisst es noch, Serik! Was? Und weisst es doch noch! Wo bist du überhaupt? Hallo? Ja, da hinten! Warte auf mich! Du weisst doch sicher noch, oder? Was? Ja, dann wirst du wieder wissen! Jetzt war es so kalt! Weisst, ich drücke da gar nichts! Ich falle es wieder rein! So, Serik! Sagt meine letzten Worte noch! Ah! Nein! Unbedingt! Abonnieren! Liken! Und das Europa-Park-Video schauen! Das ist das beste Video bis jetzt! Die Glocke aktivieren! Ich wünsche dir, dass ihr unser Vorhaben, das bald in so einigen Wochen kommt, nicht verpassen! Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend! Und ja... Abonnieren! Abonnieren! Oh! Okay, ich muss auch ein wenig überbrücken! Ich wünsche euch! Vielen Dank für das Zuschauen! Ja! Ich weiss nicht, was wir sagen soll! Es ist gerade sehr spannend! Ich weiss nicht, ob ihr auch WM schaut. Ich schaue sie persönlich nicht, weil ich bin jetzt ein Fussball-Typ. Also vergesst nicht, likenieren und schönes Wochenende. Viel Spass und auf Wiedersehen! Das ist ein Fussball-Typ.